Auf den Stuhlrand sitzen. Positioniere deine Hände links und rechts neben deinem Gesäss an der Stuhlkante. Die Beine sind hüftbreit am Boden platziert. Verlagere das Gewicht nun auf die Arme. Das Gesäss muss nun vor der Stuhlkante sein. Ellenbogen anwinkeln bis maximal 90 Grad. Drücke dich immer wieder zurück in die Ausgangsposition, ohne die Arme zu entlasten. Wiederhole die Übung 15 bis 20 Mal in drei Serien. Um die Übung zu erleichtern, mache das Ganze im Stehen an einer Tischkante. Unterstütze die Bewegung durch die Beine. Um die Übung zu erschweren, strecke bei der Ausgangsposition die Beine nach vorne. Hebe abwechselnd ein Bein vom Boden weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für die Beine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für die Beine. Für die Beine. Mara. Vielen Dank.